und Sherlock Holmes Kreims und Prüschermanns heißt wieder angeheizt und Blöber heißt da angesagt und Hunde und ich habe ich total versprochen oder alles im Mund durcheinander gebracht aber das ist jetzt er egal Krebs und Prüschermann sehr lange nicht mehr gespielt die ist das du aus man hoffentlich ich weiß noch was ich machen wollte wenn ich mich über wenn ich was machen wollte und aber sind zu werden die Uhr Watsons nicht ich bin die Uhr sind sie alle Stimmen gewollt werden lassen kann es sein die göttliche Gesellschaft und je Oh yeah! Was auch hier? Oh, 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 oh! Oh, oh! Ah, die Musik ist so entspannend, da würde ich, glaube ich, gerne auch ein bisschen, ich weiß es nicht, aber ich würde es tun. Top Scherben. Da ist doch irgendetwas. Und kommt, lauft da hin. Decke. De, decke, decke. Oh. Das ist eine Ding da, so eine. The Kew Gardens Symbol. Was hat das nur zu bedeuten? Ein Kiew Gardens Ball auf einem Blumentopf, den wir im Garten der göttlichen Gesellschaft gefunden haben. Yeah. Eieieieie, kratz, kratz. die können da rein oder wenn du noch gebrauchen gehört brauche und hier gibt es nichts mehr Interessante außer diese Ningyang Guru gut geht ihr so am I name is sure I am exalte von der Träten elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends therefore please mind my gravitropism its balance do not sister disturbed is most definitely the word completed is the symbiosis welcome and you are to introduce myself I shall I am the green grand mystic the the green grand mystic himself this is me who am I speaking to we are two gentlemen who are extremely interested in the a vegetation philosophy that is advocated by this establishment listening to you I am ching-chang-china man und verletzungs sox war übrigens das chemische erbauung das ist sehr verdächtig wie den an den fingern we should like to take a look around to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here hmm it is a school of anastomosis the divine scholastic syndicate glory to the eukaryotic only true devotees those whose hearts are ready to spermatifies in sharing of knowledge are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom and to be permitted you must earn it yes green grand mystic we are ready to become devotees and gain access to your temple what is the name of our lord our god king hmm good trawan the god king hmm our god kings name is tree one green grand mystic hola good good I like you here is the holy key to the wisdom place holy donation can you make whenever you so wish thank you so much I pray you to taste our fertilizer something oh yeah from the burdens of life it helps to free yeah but of course raw sap it is called it is near the entrance do you have friends at q gardens none not worthy they are not worthy they are not worthy they are not worthy they are not worthy we have seen q gardens flower pots in your yard how could they happen to be there what our sacred place you permitted yourself to search sacrilege no really now there was a theft of plants at q gardens a matter of days ago and we believe the pots we found here may be connected with it please tell us were you involved no those plants were hours they had stolen them from us now so their director dump i believe done yes that's that's what i said he borrowed from us three of our sisters for the exhibition at his green fly infested gardens but he never gave them back to us excuses and imbecility so we went in and saved them i see so if you stole those rare plants from them then it means ah i get it bravo homes i think the case is solved no we did not steal we saved well as a matter of fact we were unable to find our three plants i beg your pardon and yet you took all of the exotic plants from the stand they had disappeared it was the least we could do they stole our sisters and so we stole theirs well we will leave you to your meditation um trotzdem für uns noch zwei sachen und wenn es zu tun äh sind so jetzt heißt es der große grüne mystiker ist ein seltsamer mann er hat eine chinesische tatar wie täto wie er dungen zudem er auf der linken handfläche eine nabelt die entsteht wenn man eine chemische pipette zu stark drückt während man versucht eine flichtskette zu Geld aufzunehmen. Er hat demnach erfangen mit Chemie, was durchaus Intelligenz erfordert. Das ist aber nicht sehr nett. Holmes... Ähm... Albitz am Petition... Also... Nicht? So, das aber. Sekte, Stahl, alles. Die göttliche Gesellschaft, Stahl. Alle Pflanzen, auch die Tödlichen. Sie könnten sie eigentlich eingesetzt haben, um Montagedone zu ermorden. Teilweise Diebstahl. Die göttliche Gesellschaft, Stahl, nach der Ausstellung, alle Pflanzen bis auf die Tödlichen. War das nicht so, dass sie nicht alle gefunden haben? Die göttliche Gesellschaft hatte Morde, da, 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 nein. Auf jeden Fall, wahrscheinlich eher weniger. Äh, nein, ähm... Amit hat er nicht gemeint, dass, äh... Ähm, dass die, dass die... Eieieiei... Oder so... Äh... Eieiei... Ähm... Wartet. So. Das irgendwie nicht alle, äh, von denen guten Zermann zu... Eieiei... Eieiei... Äh, ähm... Auf uns zurückgeben. Er sie niemals hat nichts, Ausreden und Dummheiten, daher eingebrochen die sind, um sie gerettet. Wir haben... Hm, wenn sie diese seltsam, also gestohlen haben, dann heißt das nach... Ich verstehe. Bravo, Watson. Nein, gestohlen, den wir nicht haben, sondern gerettet. Nun, um genau zu sein, unsere eigentlichen drei Pflanzen finden wir nicht. Finden wir nicht konnten. Und dann haben sie einfach alle exotischen Pflanzen der Ausstellung mitgenommen. Verschwunden sie waren. Das Mindeste, es war, was wir konnten tun. Unsere Schwestern gestohlen, den sie hatten. Und deswegen ihre Schwestern gestohlen, und wir haben. Also, ähm... Was? War es bis jetzt nicht? Wohltäter. Wohltäter. Wenn hier jemand noch drin ist. Ja, Genius Homes. Ähm, was ist er? Ja, ja, erst mal muss ich da anfangen. Ah, achso. So, muss das. Also. Hä? Okay, das ist... Bisschen kompliziert daran das sein. Weil... Das kann ja irgendwie nicht... dumm werden. Achso, nein. So, okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen hier überfragt, kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen hier überfragt, kann das sein? Oh, das... Ah, das ist ja fiz. Ah. Vielen Dank. Das ist etwas sehr komplizierter. Das ist etwas komplizierter. Das ist etwas komplizierter. Das ist etwas komplizierter. Das ist etwas komplizierter. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber gut, dass ich erst ein bisschen spät draufkam. Das muss sein, Triwan, der Divine Syndicate's god. Tron? Das sollte der Rohr-Sap sein, der Green Grand Mystic sprach. Das ist etwas komplizierter. Oder ein Drogensüchtiger. Ei, ei, ei. Oder Drogenabdinger. Das hat aber viel zu sagen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Käfig. 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 Käfig mit, was? Open Caterpillars. Hat er nicht erstmal so Raupen oder so ähnliches irgendwo gefunden? Ich bin grad nicht sicher. Käfig. Was sind denn Leute? Käfig. 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 Ja, es sind wahrscheinlich nur so, ähm... ...Stundenpflanzen. Ich wollte aber gerne noch die Namen sehen. Kintos. Ich bin schief. A Tropical plant. Nothing of interest. A Tropical p... Hmm. Es ist ziemlich nett. Oh, Hose. Hose. 4 Kien da haben die wollen kleines bisschen Fehler gemacht was sein man kann von draußen auch hier mit von der Klasse nichts von Interesse ja ja können wir machen wir kurz verdächtig dicke zutaten es handeln als ob die tötig pflanzen als alkohol leute und die raubmengen mit ihnen zu tun haben mit pflanzen experimentieren röhrer führen sie den export sie eine export durch mit den tödlichen pflanzen durch bei dem sie alkohol leute und die rauben benutzen wird interessant für die zu bauten nicht raus und nein green grand mystic fellow seems rather suspicious we should search every inch of this place ja das werden wir ums er hat aber was das denn gegen den make it kommen hier ein experiment durchführen that would be enough to perform the most difficult of chemical experiments a vast amount of opium opium höhle würde ich so behaupten schulakomps testament von schulakomps this cabinet is full of chemicals they are the same as the ones we found in the laboratory at kew gardens this substance is an alkaloid the same as in the bottle we found in the bushes at kew gardens perfect watson we can begin our experiment können wir es auch hier machen natürlich nicht er braucht ja sein natürlich sein eigenes labor aber damit hier keine beweise oder so rumpf schüren ja ja gut wundervoll und dann gucken wir noch mal mit dem typen und hier kann man doch nicht irgendwas auch noch machen so nix so nix so nix 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 überhaupt nicht analysieren die auch noch kommt die russuels kann die rade in der beraten der diese pflanzen sind nachweislich tödlich für menschen so nix weil das hier jetzt nix verspeichert oder so nix 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 Warten. Warten. This green. What should we do? Aber echt witzig, dass man hier so, äh, Dings da. Trunk-Tisch, äh. Von hier aus zum Trunk-Tisch. Komm mal. Und ich will, äh, äh. Naja, komm. Hm. Wer schönes Stoff, äh, äh, aussehen tut. Und ich Yoda sein. Weil ich so sprechen tue. Yoda. Und Yoda. Und Yoda. Und ich habe leider keine Ahnung, wo ich, wo es hier zuletzt gebeurte. Ah, und es will nicht einfach so das Spiel wenden und dann lasse ich hin. Auch wenn es wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber ich will das nicht. Ah, machen wir ganz einfach. Wir gehen einfach wieder zum Bakersuite. Dann brauche ich keiner. So haben das es nicht gespeichert haben sollte. Weil dann weiß ich, okay, dann, zweitkantig was. Und diesen X, dieses Experiment, tun wir dann, am nächsten Part. Machen. Also gleich. Warum habe ich nicht einmal aufgehört? Und dann einfach von da an. Egal. Warum habe ich nicht einmal aufgehört? Egal. 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 Also, wir sehen uns gleich wieder.